Der Läufer fällt entgegen, haben sie vergessen abzusperren, aber gut, das hat noch hingekaut. Es ist heute ein sehr gut besetzter Lauf, mit dem Markus Unsleber, mit dem Dominik Kahl, Maximilian Koljisch, Christian Dörr, unter anderem auch mit Siegbert Hummel, das größte Läuferfeld ist wahrscheinlich hier je am Stadtmarkt, Harald Däbel, Hussein, Hüßlein, Klasse, super, super Markus, bleib dran, Klasse. Klasse Maximilian auf, auf Dominik, auf Christian, Klasse Maximilian auf, auf Dominik, auf Christian, Klasse Maximilian Koljisch, Entschuldigung, collagen Falber, Klasse Maximilian Koljisch, Dreh oder so? Tipp Days ok. Pass 3000 km. Aussitzende Versone Damit ist der Tiejwegun, äh ist nicht... Ja, klasse. Aufsichtsberg, auf. Super. Sauber, Christian. Klasse. Auf, Martin. Weiter so, Martin. Super. Auf, geh euch. Oh, nein, auf. Auf, geh euch. Klasse. Super, Lucia. Lucia hat heute Geburtstag. Ist 38 Jahre alt geworden. Klasse, Rainer. Super, Sibylle. Super, Klaus. Auf, Joe. Haunei, Joe. Weiter so. Klasse. Auf, Horst. Hop, haunei. Klasse, Horst. Auf. Klasse, Christine. Super. Auf, Harald. Hop, auf. Auf, Matthias. Konstant weiter so. Klasse, Matthias. Sauber. Das dürfte das grösste Stratterfeld sein, das hier in den letzten Jahren am Start ist. Das dürfte über 100 sein, ne? Ja. Über 100 auf jeden Fall. Ja. So ein riesen Feld. Ja. So ein riesen Feld. Ja. 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 When I see the tears in my baby's heart And the lies just more than a crime When I see the tears in my baby's heart I'm going to take a look at the tears in my baby's heart Klasse! 2,6 km is still a little bit of a change das Bild. Die 266 führt knapp vor Markus Unsleber. Klasse Markus, bleib dran. Und zum Schluss kriegst du den. Auf. Super Markus, weiter so. Beißen, bleib dran. Auf Maximilian, klasse. Super. Christian versucht näher zu kommen. Auf. Klasse, weiter so. Auf Christian. Die Busten schon ganz schwer. Da kommst du noch mal hin. Schaust locker aus. Auf. Da kämpfst du noch mal um Platz 3. Das geht noch. Auf. Dominik Kahl macht heute einen Trainingslauf. Einen ganz lockeren. Liegt trotzdem noch auf Platz 6. Super Dominik. Schöner Trainingslauf. Weiter so. Auf. Nach 7 kommt der Christian Schulz. Auf Christian, du bist 7. Du kannst Dominik Kahl noch vor dir kriegen. Auf. Hopp. Auf. Top 6. Das wär's. Hopp. Hau rein. Platz 8. Super. Klasse. Platz 9. Sigbert. Jetzt heißt es Beißen, Position verteidigen. Auf. Klasse, Sigbert. Super. Platz 10 momentan. Weiter so. Auf. Hopp. Michael. Vor dir ist der 10. Top 10. Das wär's noch. Auf. Versuch's. Beiß. Klasse. Hopp. Martin. Zwölfter. Vor dir die 2, wenn es saß. Dann bist du 10. Auf. Skedema. Auf. Markus Unsleber. Gewinnt den Lauf. Hat seinen Konkurrenten noch mal um 100 Meter distanzieren können. Hm? Achso. Okay. Klasse, Markus. Super. Klasse. 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 K racialrad läuft jetzt ein. Ich Complot. Aus meiner letzten Runde noch etwas zurückgefallen. Tommy Karl verteidigt beim 6. Platz. Locker gegenüber den Christian Schulz, der auf einen super schiften Platz einläuft. Klasse Christian. Super. Auf Platz 8 Nummer 9 Klasse Klasse Sü Everything Klasse Südbeer Klasse 10 Klasse 10. Sauber Kennsteuer Klasse Martin, Platz 11 für dich. Klasse Martin, Elster, super. Super Michael, knapp über 40, Platz 12, super. Schönes Schlusssport, Monat 75, sieht schön durch. Klasse. Super. Schlusssport, um die Plätze. Klasse, auf Schlusssport, hopp auf. Auf Carolin, sie kommt, auf, sie kommt, auf. Klasse Carolin, super. Super. Klasse Carolin, super. Klasse Carolin, super. Klasse Schlusssport, super Peter. Klasse Carolin, Sibylle hat sie in der Türke gelassen. Klasse, super Sibylle. Auf Horst, alles Horst. Auf Horst, taue rein, er kommt noch mal Horst, er kommt, auf. Klasse Horst. Jetzt kommt der Joe, auf, Joe. Klasse Joe, auf, sieh durch. Klasse, auf. Auf Harald, da kommst du noch mal vorbei. Zieh Harald, alles. Klasse. Klasse Harald, saustark. Christine, hast du hinter dir gelassen, super. Christine, auf. Sie kommen noch mal auf, Christine, alles. Klasse. Klasse, Matthias. Auf, Matthias, alles, da kommst du noch vorbei. Auf. Hopp, Matthias. Nochmal, alles. Klasse, Matthias, auf. Zieh durch. Auf, zieh durch. Zieh durch. Klasse. Klasse. Klasse, Heike. Okay. Du bist jetzt, Heike. Du bist ein Heike. Ich bin ein Heike. Wie auch immer. Klasse. Untertitelung des ZDF, 2020